Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2012 A2 gerechnet hätte. Angaben wie immer hinter diesem Link. Nun, es gibt hier um die Waschbären und jedes Jahr nehmen die um 27% zu. Das heißt, am Anfang sind es 250, das ist K, der Anfangswert, und zu einem exponentiellen Wachstum, wie wir es hier haben, jedes Jahr 27% dazu, heißt 1 bleibt für 100%, 250 bleiben bestehen, und 27% kommen hinzu im ersten und im zweiten Jahr, und das ergibt unser exponentielles Wachstum, haben wir ja schon mehrfach miteinander besprochen. x steht für die Anzahl der vergangenen Jahre ab 2012 und die y ist die Anzahl der Tiere. Als erstes müssen wir das Ganze einzeichnen, auch hier bitte aufpassen, Exponentialfunktionen müssen ganz genau sein, da sollte man wirklich ganz genau aufpassen. Bei mir ist es natürlich ein bisschen drüber gerutscht hier, es geht natürlich nur darum, von 250 wegzuzeichnen. Schauen, dass wir das genau zeigen, ist gar nicht so leicht, das hier mit diesen unterschiedlichen Einheiten auf der y-Achse hinzubekommen. Aufgabe 2.2. Man soll mit Hilfe des Graphes rausfinden, um wie viele Tiere der Bestand bis zum Ende des Jahres 2020 voraussichtlich zunehmen wird. Das ist eine fies gestellte Aufgabe. 2020 bedeutet, die vergangenen Jahre x sind in dem Fall 8 Jahre, denn 2012 geht mir von der Rechnung aus und Ende des Jahres 2020, das sind 8 Jahre vergangen. Das heißt, ich setze für x 8 ein, beziehungsweise gehe hier 8 nach oben und dann grafisch nach rüben. Das habe ich jetzt ungefähr hier gezeichnet, also man sieht das ja auch, dass man bei mir ein bisschen drüber hinausgegangen ist. Also ich bin bei der 8 rauf, habe das hier eingezeichnet, bin drüber gegangen und habe dann rausgefunden, dass y gleich 1700 ist. 1700 ist aber noch nicht die Frage, denn das wäre die Anzahl der Tiere nach 8 Jahren. Die Frage ist, wie viele Waschbären werden es voraussichtlich mehr sein? Und nachdem es am Anfang ja 250 sind, muss ich eben 1700 minus 250 berechnen, also den Anfangsbestand wegnehmen und rausfinden, wie viel sind es mehr geworden. Aufpassen, das ist manchmal recht tückisch, was hier an Aufgaben gestellt wird. Aber dafür sind wir jetzt hier fertig und das sind dann eigentlich leicht verdiente zwei Punkte, wenn man es gelesen hat. Also, circa 1450 Waschbären Ende 2020 noch als Antwortsatz. 2.3. Man soll rausfinden, in welchem Jahr die Anzahl der Waschbären voraussichtlich erstmals größer als 4900 sein wird. Relativ einfach, 4900 ist gleich. Ich bringe das Ganze wieder rüber, geteilt durch 250, rechne das Ganze mit dem Logarithmus um, also behalte die Basis und setze das 19,6 in den Logarithmus. Und dann kann ich nach x auflösen, gibt es in der Formelsammlung, glaube ich, auf Seite 16, diese Umformung. Und dann erhalten wir für x 12,45. Das heißt, im 13. Jahr sind es voraussichtlich 4900 Waschbären und im 13. Jahr heißt im Jahr 2025. Aufpassen, dass wir das sauber machen. Also, jetzt nicht einfach nur 12 dazunehmen und sagen 2024 ist soweit, sondern im Jahr 2025, nämlich im 13. Jahr 2024, ist es ja noch nicht soweit. Zu Beginn zumindest, erst im Laufe des Jahres 2024. Also, ein bisschen schwierig, hier das Ganze hinzuschreiben. Man muss auf jeden Fall hier plus 12 rechnen und dann das Jahr voll machen. Anfang 2024 würde ja noch nicht stimmen und das 2025. Jahr könnte man ja hier nicht machen. Was ich hier hätte zählen lassen, wäre im 13. Jahr. Aber 13. Jahr bedeutet eben dann plus 13, 2012 plus 13. Bei der Aufgabe 24 soll man schauen, wann das das erste Mal 900 Waschbären mehr geben als im Jahr davor. So, und das ist eine ganz fiese Aufgabe. Das hier ist das gesuchte Jahr. Ja, also zumindest ist das x das gesuchte Jahr. Und jetzt soll man das ja gleichsetzen mit dem vergangenen Jahr. Also, wann ist das irgendwie gleich mit dem vergangenen Jahr? Ja, ich habe euch die Gleichung schon mal hingeschrieben. Das ist das aktuelle Jahr. Also, das, das wir suchen mit x. Und das ist das vergangene Jahr, nämlich minus 1. Also, wenn ich quasi das Jahr, das ich suche, vergleichen will mit dem Jahr, das ein Jahr davor ist, muss ich eben x minus 1 rechnen. Das ist ein Kniff, ein mathematischer, den man können muss. Ja, oder intuitiv drauf kommen muss. So, jetzt sollen die aber ja nicht gleich sein. Das geht ja auch gar nicht, weil ja jedes Jahr was dazukommen soll. Wir sollen rausfinden, wann es erstmals über 900 mehr gibt. So, das heißt, die linke Seite hat 900 mehr, ist also deutlich mehr. Und um es für die Gleichung auszugleichen, muss ich auf der rechten Seite plus 900 rechnen. Ich hätte auch auf der linken Seite minus 900 rechnen können. Da ich hier keinen Platz habe, die Umformung dauert ein bisschen, habe ich das Ganze in Solver eingetippt, gibt 11,8 für den x-Wert. Das heißt, im zwölften Jahr, also 2024, wird es soweit sein, dass es 900 mehr Waschbären gibt als im Vorjahr. Ja, aufpassen, dass man auch hier wieder die richtige Antwort formuliert. Und 2.5, da geht es jetzt um die Vogelart. Die haben einen Anfangswert von 3600 und jedes Jahr geht es um 6% zurück. Erinnern wir uns nochmal an, zu Beginn, schaut meiner Maus nach. Da waren es 250 und jedes Jahr kamen 27% dazu. Jetzt sind es 3600 und es werden weniger. Das heißt, mein y0 ist 3600 und mein k ist ein ganzes minus 6%, also 0,94 hoch x. Und das war der Punkt am Schluss und das war es schon von meiner Seite. In 3 Minuten eine Abschlussprüfung gelöst, die am Schluss 9 Punkte gibt. Das ist die nächste Zeit. Und das war's.